Also was willst du dich so bewerben? Ich möchte mich gerne als Galaktischer Mönch beim Zeller Burgtheater bewerben. Im Schloss auch. Und ich denke, vielleicht kriegen wir die Rolle. Vielleicht kriegen wir die Rolle. Als was? Als Galaktischer Mönch. Hallo, ich bin's. Hallo, jawoll. Gut, und das ist Don Zorro. Was ist Don Zorro? Du. Ah, Drenn, Drenn. Strenn, stopp. Hey, das ist Don Zorro. Ich kann ihn nicht sehen hier. Eben, eben. Das ist auch immer dasselbe. Also ich meine. Vorsicht, ich drück mich wieder auf den Raketenwerfer. Oh, ist eine komische Figur da drin. Ja, zu kurz. Meine Hand. Na gut. Gut, wir haben uns die schönste Szene hier ausgesucht zu bewerben. Hinter uns die Mülleimer. Ganz viel Spaß hier mit den Mülleimer. Und die Galaktische Mönch hat gesagt, komme hier lang, muss ich dich hier bewerben. Und ich habe gesagt, gut, ich bewerbe mich mit Herz bei dem Selle Schloss. Weil das Selle Schloss hat eine so schöne Sache. Und da kann man machen, was sollst du sagen mit der Hand? Winke, winke. Winke, winke. Ich freue mich. Winke, winke mache das. Oh, der Zorro muss jetzt nach Hause gehen. Tschüss. Tschüss. Ich bin Selle Schloss. Ich bin Selle Schloss. Danke. Tschüss. Ja, ich wollte das eigentlich gar nicht filmen, aber es ist egal, was soll ich machen? Man sitzt hier und ist eigentlich auch der Öffentlichkeit ausgeliefert. Aber wenn man die Innerlichkeit des Wesens sieht... Klappe, die dritte, reicht!